Wo, wo bin ich? Ich bin in Singapur! Der Wagen, der explodiert ist, gehörte unserem Mordopfort da drüben. Wieso bloß ist diese Karte am Tatort zurückgelassen worden? Das, worauf es Kaito-Kid abgesehen hat, ist ein Saphir mit dem Namen Stahlblaue Faust. Erstklassig zu sein, bedeutet für mich, alle Eventualitäten bedacht zu haben. Aber was machst du hier? Hör auf zu labern! Ja, es ist eine Falle. Deshalb wollte ich dich auch unbedingt hier dabei haben, Meister Detektiv. Endlich wird es mal so richtig spannend. Der Mörder ist Kaito-Kid, daran haben wir keinen Zweifel. Du sagst mir nicht die Wahrheit von so einem Mann, will ich mich nicht beschützen lassen! Was ist los? Wieso so verklemmt? Wir sind doch schließlich ein Paar, oder hast du das vergessen? Wir wissen, dass du hier der Drahtzieher bist. Wenn die uns nicht beeilen, ist es zu spät. Gibt es denn keinen anderen Weg? Doch, ich habe eine Idee. Und dieses Mal wirst du mir nicht von der Seite weichen. Letztlich wird alles ganz genau so werden, wie ich es mir ausgemalt habe. Wenn das so weitergeht, dann wird die Stadt tatsächlich zerstört. Jetzt ist also selbst der Meister Detektiv ratlos? Mit Schimуж in den ersten Mal wirst du da stehen? Eigentlich Black & Wake Gettetiviert Wред spät